Ja, hi, yo, zurück, Freunde der Nacht. Wir sind stehen geblieben, hier, bei Lego Parasite with the Karabin, nicht. Wääh, stirb, Anakin. Nein, Lego, Star Wars ist das natürlich, wie man sieht, die komplette Saga für den PC, ja. Kann man auch am Titel erkennen. Warum hast du Obi-Waner Chancen? Okay, egal. Und wir waren in der dritten Dings stehen geblieben. Und so wie es aussieht, ist, das ist falsch, Option, das ist auch falsch, Extras, ha. So. Und zwar nicht ein Fortsetzen. Sieht irgendwie geil aus, hier, diese Unschärfe, wo man dahinter steht, so. Hat irgendwie Stil. So, Kapitel 1, Schlacht über Coruscant. Ach ja, das war ein Flugding. Episode 3, die Roche der Sith. Kapitel 1, Schlacht über Coruscant. Während die Truppen der Republik verzweifelt gegen die Armee der Separatisten unter der Führung von Count Dooku und General Grievous kämpfen, entführen die Separatisten auf Coruscant Kanzler Palpatine. Als die Droidenarmee mit ihrer Geisel flieht, organisieren Obi-Wan, Kenobi und Anakin Skywalker eine waghalsige Befreiungsaktion, um den Kanzler zu retten. Ja. Scheiß Flasche. So. Yeah. Scheiße. Scheiße. So, also da fliegen wir. Ach, das ist ja noch die Originale. Lalalala. Also hier fliegt man mit nach oben, nach unten und nach unten, nach oben und bloß und rechts ist gleich, also. Yeah. Nein. Hey. Hallo. Danke. Ach, höher. Ich sterbe. Nein. Bomb. Ja. Geiler Sound. Lalalala. So, da oben ist auch noch ein Ding. So. Schön die Augen offen halten. Boah, episch. X-Wings und alles mögliche. Yeah. Noch einer. Wenn ich jetzt nicht noch ein paar... ...Dingste, sollte ich eigentlich... ...ääh... ...woah. Neun Stück bekommen. Wow. Einfach die ganze Zeit. Ich kann auch schneller. Aber dafür müsst ihr die ganze Zeit... ...drücken und das ist mir zu doof. So. Ha. Dann noch erwischt den Scheiß. ...wau. Yeah. Da unten, da unten, da unten. Jawohl. Cutting. Yeah. So. Stirb. Hä, da fölfe ich mich durch. So. Schön. Oh, hier brennt's. Oh, episch. Oh, oh, voll. Kein Ton irgendwie. Weiß nicht, ob der überhaupt ein Ton sein sollte... ...aber es war auf jeden Fall keiner da. So, so ein epischer. So. Meine ich jetzt so. Nein. Den wollte ich haben. Scheiße. So. Ach, das ist doch doof, Mann. Ich will den haben. Hä? Ich bin schon wieder im Arsch. Cool. Schade. Ich dachte, vielleicht schaffe ich's jetzt hier, äh... ...bei dem trotzdem doch noch einen zu sammeln, aber... ...dann will doch nicht. Ey, ey. Mann. Da. Ich muss ein paar... ...neun. Ja. Neun. Ich muss ein paar... ...so, neun. Nein. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe... ...wahrer Jedi nicht. Scheiße, Mann. Das ist doch kacke, Mann. So schlecht, ey. Was für ein scheiß Auftakt hier. Level abgeschlossen. Freiespiel. Das war schlecht. Weder den roten Stein, den ich gesehen habe, noch alle... ...Dings... ...Minikit-Teile. Jedes darf weiter rot. Oh, ja, Vari, die hab' ich nicht. Aber da kriegt man... ...schön viel, ähm... ...Geld. Ne, Geld. Was wird denn dat... ...für ein Scheiß? What? Ach so, ja, dieses Ding. Keine Ahnung, was... ...was das eigentlich ist. Aber, okay. Story fortzuschätzen. Und... ...äh... ...ja. Gib Gas. Danke. Epi... ...so... ...drei... ...derer Dessel. Kapitel 2. Der Kanzler in Gefahr. Hoch über dem Planeten Coruscant liefern sich die Separatisten eine heftige Raumschlacht mit den Truppen der Republik. Auf dem Flaggschiff der Separatisten halten Count Dooku und General Grievous Kanzler Palpatine gefangen. Nach ihrer Landung im Haupthangar des Schiffs stehen Obi-Wat, Kenobi und Anakin Skywalker einer Übermacht feindlicher Druiden entge... Ge-ge-ge-ge-gegern gegen über. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha... So. Boom. Ja, jetzt sind wir hier, Obi-Wan Kenobi, der alte Mann. Und Anakin Skywalker als, äh, naja, jung. Er wird auch schon alt, aber naja. Nicht mehr als, so richtig als Padawan, sondern, ja. Ah, so das Mittelding da. Angehender Jedi, sagen wir es so. Wie heißt das hier eigentlich? Jedi, naja. Also im Film ist er noch nicht offiziell Jedi, deswegen. Aber vor allem nicht hier. Er versucht ja im dritten Teil irgendwie zum Jedi zu werden, oder versucht das durchzubringen, dass er Jedi wird. So, wie immer, schön erstmal General Grievous stehen lassen da vorne, mir doch egal. Ähm. So, dann erstmal hier schön Kohlenabgriffen. So. Klick. Klick. Ach, komm. Das wird mir dann nicht das... Ah. Sicherheitsdroiden. Mann. Ja, Bumms, Darm, ja, wow. So. Also. Oh, da ist wieder ein Herz drin. Schön. Bleiben die Dinger unten? Ja, bleiben sie, cool. Machen wir erstmal alles hoch hier. Machen das hier runter. Und das hier runter. Höh, noch ein Herz, egal, brauche ich nicht. Machen das wieder auf, und das wieder auf, und das wieder runter, und das wieder runter. Dann sammeln wir wieder die Kohlen ein. Jaau.